Ich war gestern im Wald spazieren. Ich musste mal ein bisschen meinen Kreislauf in Schwung bringen, weil ich war die letzten Tage krank und muss morgen wieder arbeiten. Da habe ich wunderschöne Bilder gemacht von der Natur und habe auch ein ganz tolles Video für euch. Schaut es euch an! Ich gehe gerade zu spazieren und ich sehe, wie dieser Baum sich extremst im Winde neigt. Ich glaube, der fällt bald. Tja, leider waren Holzfellarbeiten in der Nähe. Das schallt ein bisschen, nicht ganz so entspannt. Im Wald kann ich so gut Energie tanken. Die frische Luft und die Ruhe, das tut einfach nur gut. Und man kann halt auch wunderbar abschalten. Ich habe einen tollen Hochsitz gefunden. Da konnte man sich richtig schön hinsetzen und über das ganze Tal schauen. Das war richtig cool. Das Video mit den tollen Bildern, die ich gemacht habe, ist auch schon hochgeladen bei ASMR Balance. Mit toller Entspannungsmusik von Rüsche Sound unterlegt. Der hat wieder mal sich richtig Mühe gegeben. Und das passt so perfekt. Schaut es euch an! Schaut es euch an! Untertitelung des ZDF, 2020